Seltsame Vorstellung, dass ich ohne die Aufmerksamkeit eines anderen nichts bin. Ralf, ruf mich doch mal an. Ich bin nicht Ralf. Vielleicht fliegen wir ja gar nicht. Vielleicht sind wir gar nicht da. Es ist wohl wirklich Zeit für mich. Rosalie, was hier mit dir geschieht, ist dein Zweck. Dafür habe ich dich erfunden. Lass mich leben. Es liegt doch alles in deiner Hand. Du verdammter Dreckskerl, du Hurensohn! Herr Richter, wo haben Sie nur Ihre Ideen her? Steck mich nicht in eine deiner Geschichten. Das ist das Einzige, warum ich dich bitte. Von all meinen Figuren ist sie die klügste. Man muss vorsichtig mit solchen Momenten umgehen. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich je etwas so wirklich fand. Eine Lüge, ja, natürlich. Hallo? Hallo? Sind wir etwa schon da? Es ist so seltsam, wenn man einen Star ähnlich sieht. Die Leute starben. Kinder stellen sich immer Fragen. Und man wird mit Handys fotografiert. Oft macht es ja auch Spaß. Manchmal scheint es einer. Als wäre man ein anderer. Steck dann, wie ist sie Wasser? Först du tanta, weil man ein anderer. Und anschauen – ich kann mich etwas diskutieren. Als wäre dann immer eineiserESEいく, wenn ich über das機 target bin. Und wenn du das Erfahrbar mit poet parte post sch� ich mir sicher nochйNE?